Hi Leute, Willkommen zu meinem heutigen Dia-Vortrag. Diese Aktion hätte unheimlich schief gehen können im Mammelpark und nur mit Glück bin ich einem Motorschlag entgangen. Es war schon etwas Wasser in den Luftfilterkasten eingedrungen und deswegen habe ich beschlossen mir einen Schnorchel zu kaufen. Im Lieferumfang von so einem Schnorchel ist natürlich auch eine originale Schablone, die man dann am Fahrzeug entsprechend anbringen kann um die Löcher zu bohren. Diese Schablone habe ich leider verschmissen und nun stand ich da und habe versucht den Schnorchel irgendwie anzuhalten und habe überlegt wie kann ich jetzt die Löcherposition übertragen. Im Endeffekt habe ich beschlossen mir so eine Art eigene Schablone zu basteln. Das Problem ist aber bei der Schablone, dass man nicht weiß wo man am Fahrzeug anlegt. Also habe ich das erst mal probiert, habe mir mehrere Markierungen gemacht, wo der Lufteinlass ist und so weiter und so fort. Habe mir Bilder im Internet runtergeladen, wo man die Position in etwa sieht und habe dann beschlossen die Sache von innen her anzugehen. Und zwar habe ich im Internet dieses Bild gefunden und habe dann erst mal innen das Loch markiert, wie es laut dem Bild positioniert sein müsste. Habe das Loch ausgebohrt und erst mal verschliffen und habe dann mittig dieses großen Loches von innen mit dem Körner eine Markierung gesetzt und so wusste ich dann von außen wo der Mittelpunkt für dieses Bohrloch ist. So nun konnte ich den Schnorchel erst mal ran halten und entsprechend positionieren und die blanken Stellen, Rostschutz, Farbe ran, natürlich klar. Habe dann durch die Position auch markieren können, wo kommt der Asollhalter hin, habe die Löcher gebohrt für die Nieten und habe den Halter dann ordentlich mit Karosseriekleber versehen und dann konnte ich den schon mal leicht vormontieren und habe dann angezeichnet, wie ich dann meine Schablone anbringen muss. Ja, wo das dann passiert ist, war es dann kein Problem mehr, die richtige Position für die Bohrlöcher zu finden und habe dann die Löcher gebohrt. Natürlich auch hier wieder an den blanken Metallstellen Farbe drauf. Ja, und so konnte ich dann den Schnorchel montieren und hatte auch die richtige Position als hätte ich die Original Schablone verwendet. Karosseriekleber rings um die Löcher und dann die Montage des Schnorchels war ja dann ganz einfach. Den habe ich zusätzlich noch mit Karosseriekleber angeklebt, dass keine Feuchtigkeit dahinter laufen kann von oben. Und ja, montiert sieht das Ganze dann so aus. Ja, und nun brauchte ich bloß noch den Luftfilterkasten anschließen und war fertig mit der Montage. Wenn euch das Video oder sagen wir mal die die, die ja schon gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und bedanke mich fürs Zusehen. Zu dem Dachkorb, dem modifizierten, habe ich auch noch ein Video, falls es euch interessiert. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.